Hallo, ich bin Caroline von Viventura und wie versprochen wollen wir diesen Monat jede Woche einen Gewinner ziehen, der von uns einen 500 Euro Rabatt auf seine Reise bekommt. Wir fangen an, jeden Dienstag werden wir einen Gewinner ziehen. Heute ist die erste Verlosung und zwar werde ich aus diesem Topf jetzt den ersten Gewinner ziehen. Das sind alle Buchungen aus dem März bisher. Und wir schauen mal, wer heute Glück hat. Der erste 500 Euro Rabatt geht an Josiane Stabernack. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hier nochmal dein Name. Herzlichen Glückwunsch schonmal von uns. Und ja, wir melden uns nochmal persönlich bei dir, um dich zu informieren. Und ja, nächste Woche geht es dann weiter mit der nächsten Ziehung. Drei Chancen habt ihr noch. Und dann seht ihr hier einen Kollegen oder eine Kollegin von mir, der die nächste Ziehung vorliegt. Bis dann!